Erfolg ist nicht planbar, aber Leistung schon. Das sagt mein heutiger Gast. Er weiß, wie man Spitzensportler zum richtigen Zeitpunkt in Topform bringt. Er ist studierter Sport- und Fitnessökonom und seit über 20 Jahren Athletiktrainer. Unter anderem der Eishockey-Mannschaft Kölner Haie. Er hat Basketball-Profis betreut, wie Dennis Schröder begleitete die Basketball- und Eishockey-Nationalmannschaften zu Bronze, Medaillen, Silber und Gold. Und zwar nicht nur in Europa auf der EM-Ebene, sondern auch bei Weltmeisterschaften. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Bessermacher. Und da teilt er seine Erfahrungen als Coach und legt da, was aus seiner Sicht langfristigen Erfolg ausmacht. Und natürlich ist das nicht nur eine Sache für die Profisportler, sondern jeder kann diesen Weg zum Erfolg beschreiten. Davon ist er fest überzeugt. Und da rennt er bei mir natürlich offene Türen ein. Die 20-jährige Erfahrung, die hat er nicht nur im Spitzensport, sondern er betreut auch Unternehmer, Manager, Promis und Freizeitsportler auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit und Fitness. In der heutigen Folge erfährst du, was wir von erfolgreichen Spitzensportlern lernen können, was wir kopieren können, welche mentalen Programme und Strategien wir für unser eigenes Training, aber vielleicht auch für unser Leben kopieren können, sodass du deine Gesundheits- und deine Fitnessziele mit mehr Leichtigkeit und mehr dranbleiben erreichst. Auch dann, wenn das, was du dir vorgenommen hast, vielleicht nicht auf Anhieb klappt. Und eine Sache will ich dir vorweg noch sagen. Es kann sein, dass dieser Podcast die Nebenwirkung haben wird, dass dir im Anschluss nichts anderes übrig bleibt, als zum Training zu gehen. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Und damit herzlich willkommen bei Fitness mit Marc, Arne Greskowiak. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er kann an seinem Schreibtisch nicht nur sitzen, sondern auch stehen. Marc Maslow. Und dies ist Folge 496. Werbepartner dieser Folge ist AG1. Generell empfehle ich nur wenige Nahrungsergänzungsmittel. AG1 verwende ich seit 2013 täglich. Anders als synthetische Präparate enthält AG1 neben Vitaminen, Mineralstoffen, Darmbakterien und Adaptogenen auch die vielen Sekundärstoffe, die du eben nur in echten Gemüse und Obst findest. Jeden Tag viel frisches Obst und Gemüse sollte immer die Basis sein und das kann auch kein Präparat ersetzen. AG1 hilft mir aber dabei, etwaige Lücken zu schließen und macht mir die Sache leicht, zum Beispiel auf Reisen. Es hilft mir einfach dabei, die Mikronährstoffe zu bekommen, die ich für optimale Gesundheit und Fitness brauche. Ich starte den Tag mit AG1. Es schmeckt mir, ich fühle mich damit fokussierter, energiegeladener und erholter fürs nächste Training. Für Fitness mit Marc Hörer, ja und damit sind du und alle, die hier zuhören, gemeint, hat AG1 ein spezielles Testangebot am Start. Mit deiner ersten Lieferung bekommst du kostenlos fünf extra Travel Packs für unterwegs, ein Jahresvorrat an Vitaminen D und dazu gibt's noch eine echt schicke Edelstahldose und einen Shaker. Geh dazu auf fmmag.de und sicher dir das ultimative AG1 Starter Kit für Fitness mit Marc Hörer. Die Adresse ist fmmag.de, fmm wie Fitness mit Marc, ag wie athleticgreens.de, also fmmag.de. Werbung Ende, zurück zur Folge. Moin Arne. Moin Marc. Wie wirst du heute in den Tag gestartet? So wie jeden Morgen. Ich stehe wahrscheinlich für dich nicht, aber für die meisten Menschen früh auf, so zwischen fünf und sechs und dann trinke ich ein Käffchen, dann geht's ab. Ja, ich trainiere auch mit normalen Menschen, also normal sind die auch nicht, aber zumindest die einem gewöhnlicheren Beruf nachgehen und das ist meistens zwischen sechs und acht. Da bin ich bei mir in meinem Laden und das heißt, früh aufstehen, Kaffee und dann geht's los. Das klingt großartig. Tatsächlich ist es für mich früh, ich bin eher so ein Late Bird. Also ich habe abends immer noch Energie und stehe gerne, wenn ich kann, ein bisschen später auf. Wir kommen auch noch drauf zu sprechen. Wir haben ja eine Gemeinsamkeit, waren beide zwei Jahre bei der Bundeswehr und da ist das ja völlig üblich, so früh aufzustehen. Und ich erinnere mich immer noch gerne an die Zeit, morgens früh rauszugehen. Das hat schon einiges. Und ab und an mache ich es ja auch heute noch. Ich liebe es. Ich genieße das morgens um fünf. Da will keiner was von dir. Da kriegst du keine Nachrichten. Da ruft keiner an. Da ist nichts los. Da kannst du einfach ganz entspannt aufstehen, Kaffee trinken und in den Tag starten. Das ist meine Me-Time. Wie sieht es aus mit Frühstück bei dir? Gibt es gar nichts zu essen dann morgens? Nee, da gibt es erstmal nichts zu essen. Ich habe auch keinen Hunger, ehrlicherweise, um die Uhrzeit. Und frühstücke dann so gegen neun, halb zehn. Das ist auch meinem Tagesablauf geschuldet, weil ich dann wirklich erstmal arbeite und coache. Und für gewöhnlich bin ich dann so ab Viertel nach acht, halb neun bei einer Eishockeymannschaft in Kölner Hain. Da bin ich als Athletiktrainer. Und da gucke ich dann so, dass ich da mit in das Frühstück rein starte. Und das ist dann irgendwann so wieder um neun Uhr. Gibt es noch weitere Routinen, die für deinen Alltag wichtig sind für dich, von denen du profitierst? Ich glaube ja, unser Alltag ist ja bestimmt von Routinen, ob bewusst oder unbewusst, ob gute Routinen oder schlechte Routinen. So wie die meisten Menschen ist mein Leben sehr routiniert. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich mal Gedanken macht, welche Routinen man so hat. Und ja, also mein Tagesablauf zieht sich natürlich dadurch durch, dass ich jeden Tag Sport mache. Meine Trainingsroutine in meinem Kalender ist so aufgebaut, dass ich jeden Tag 60 Minuten Zeit habe für Training. Manchmal ist es ein bisschen mehr, denn das ist ein Luxus. Das ist für mich eine tolle Situation. Das können vielleicht auch nicht alle nachvollziehen, aber ich liebe das, Sport zu machen. Sehr gerne auch mehr als eine Stunde, aber ich versuche es nicht, sondern ich tue es. Ich habe jeden Tag eine Stunde Zeit für Sport. Und das zieht sich für durch durch. Ich lege natürlich einen großen Fokus auf meine Ernährung, auf meinen Schlaf. Also ich versuche immer, meine siebeneinhalb Stunden zu schlafen, idealerweise acht. Versuche meine Gewohnheiten in meiner Ernährung vorzuführen, dass ich ein gutes Frühstück, Mittagessen und Abendessen habe, meine Snacks dabei habe. Und das sind so mal die positiven Routinen, von denen wir schon mal sprechen können. Was für ein Gefühl verbindest du mit dieser Stunde Sport am Tag? Absoluter Genuss. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mich mal schlechter gefühlt habe nach meiner Sportanhalt als davor. Also das ist für mich das Größte der Gefühle. Ich liebe das Gefühl, wenn man sein Sportprogramm gemacht hat. Ich trage hier so eine Sportuhr, so eine Fitnessuhr. Was für eine hast du? Ich habe eine Garmin Mark Athlete. Das ist wahrscheinlich das Premium-Produkt von der Firma Garmin. Ich finde, du siehst sie jetzt hier im Video, kann man sich angucken, auch im Internet. Die sieht nicht so ganz so, in Anführungsstrichen, schlimm aus wie so Sportuhren. Es gab ja mal eine Zeit lang, wo alle Menschen so Polaruhren getragen haben und du von 100 Meter Entfernung schon gesehen hast, dass der eine Sportuhr an hat. Das ist bei der nicht. Sieht ein bisschen modischer aus. Die könntest du auch zu einem Hemd anziehen oder zu einem Anzug und du würdest nicht direkt aussehen, als hättest du eine Vollmeise. Deswegen finde ich die cool, trage die sehr gerne und da trage ich halt alle meine Einheiten. Da kannst du aussehen, ob du Krafttraining machst, ob du laufen gehst, ob du schwimmen gehst, was auch immer. Und ich liebe dieses, wenn du dein Training dann beendet hast, ist dieser Druck oben drauf und dann steht da Training beenden und dann speichert der das ab und das ist irgendwie immer ein geiles Gefühl, wenn du das gemacht hast. Und ja, man hat ja nicht immer Lust. Das denken ja immer die Menschen, wenn sie mit Trainern arbeiten, mit Coaches sprechen, dass die immer Spaß haben am Sport, dass es nur super ist für die und die immer motiviert sind. Nee, ganz normaler Mensch, der auch nicht immer Spaß hat am Sport, aber dass danach fühlt man sich immer besser und das verbinde ich absolut mit meinem Sport. Das ist sehr interessant. Das heißt, du kennst es auch, dass du vorm Training manchmal gar nicht so motiviert bist. Menschen wundern sich immer, wenn ich manchmal auch sage, du, ich habe viele Tage, wo ich überhaupt gar keine Lust habe auf Sport. Wie machst du es, dass du dann trotzdem dir die 60 Minuten gönnst? Also ich weiß auch jetzt keine prozentuale Zahl, wie oft ich keine Lust habe, aber ich würde es auch sagen, es ist wirklich häufig der Fall, dass man jetzt sagt, können wir was anderes tun in der Zeit. Ich glaube, das sind so diese Gewohnheiten, Routinen, diese Mini-Steps, wie man da hinkommt. Und das kann für den einen mit einer coolen Playlist verbunden sein, also mit der Musik, wo man sagt, okay, das energetisiert mich, da komme ich irgendwie in Schwung, da fühle ich mich gut danach. Das kann für mich, wenn ich zum Beispiel so Cardio-Einheiten mache, ob das jetzt auf meinem Home-Ergometer ist oder auch mal auf dem Laufband ist, eine Netflix-Serie oder eine Show. Also ich schaue so kein Fernsehen in meinem Alltag und schaue auch nicht abends irgendwie Netflix, aber ich schaue, wenn ich auf dem Fahrrad bin, auf meinem Ergometer, schaue ich jeden Quatsch. Also da gucke ich mir Dinge an, die würde ich mir niemals angucken, weil mir meine Zeit dafür zu schade wäre. Aber so kann ich zwei Dinge verbinden. Das ist so dieses, wow, cool, ich kann das jetzt schauen und fühle mich nicht schlecht dabei und es ist auch keine verschwendete Zeit. Und das ist so, man muss sich das Ganze irgendwie ein bisschen schmackhaft machen. Und wenn man gar keinen Bock hat und diese Tools halt nicht funktionieren, dann ist es so die Mini-Steps. Also leg dir auch erstmal die Matte hin, leg dich immer da drauf, schnapp dir eine Blackroll oder was auch immer du machst und fang doch erstmal an, dich zu bewegen. So, und dann bewegst du dich und dann merkst du nach ein paar Minuten, ach, das geht doch eigentlich ganz gut und dann fängst du ein bisschen weiter an, ein bisschen mehr und du groovst dich da so ein bisschen rein. Und ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist ja, dieser englische Leitsatz, ich weiß es ein bisschen wie so ein Spruch auf dem Kühlschrank, aber Consistency is key, also bleib am Ball. Also wiederhol das, mach immer dranbleiben und ist egal, wie gut diese Einheit ist, aber Hauptsache du hast sie gemacht und ich glaube, das gilt ja auch dafür. Also einfach reinkommen, einfach anfangen, diesen Punkt zu überwinden und wenn du dann einmal da drin bist, dann geht es ja irgendwann und dann fühlt es sich auch gut an. Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch eine Gemeinsamkeit zwischen uns festgestellt, ich hatte es eben schon angesprochen, nach dem Abi hast du Wehrdienst gemacht, bei den Gebirgsjägern in deinem Fall habe ich rausgekriegt und ich habe in meiner Zeit auch ein halbes Jahr in der Gebirgstruppe verbracht, habe da die besten Erinnerungen dran. Tatsächlich habe ich da den Spaß am Laufen entwickelt. Nachdem ich am Anfang gestorben bin in dem Gebirge, hier als Flachlandgewächs aus dem hohen Norden, wie hat dich diese Zeit geprägt? Ich würde auch heute noch behaupten, das war die beste Zeit meines Lebens im Gebirgsjägerbataillon 231 in Bad Reichenhall. Ich weiß es wie heute, wie die Zeit dort war, wie ich da hingekommen bin. Ich will jetzt gar nicht so lange ausruhen, wie das entstanden ist, aber ich hatte so ein Gefühl von Orientierungslosigkeit nach dem Abitur, nach der Schule. Ich wusste nicht so genau, wie es weitergeht und bin dahin und habe da Dinge gelernt oder Dinge machen müssen, die ich so aus meinem normalen Leben nicht kannte. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber ich komme aus einem gut bürgerlichen Elternhaus. Mir hat es an nichts gefehlt, es war aber auch nichts Verrücktes. Ich bin einfach in so normalen deutschen Umständen aufgewachsen, wofür ich dankbar bin. Aber es war jetzt so, ich konnte auch mal Nein sagen, also ich musste Dinge nicht tun, sondern konnte mit meinen Eltern diskutieren und so. Und das war ja von da an weg. Also da gab es keine Diskussion. Da haben dir irgendwelche Menschen irgendwas gesagt, was du tun sollst. Und da gab es jetzt keine zwei Meinungen, sondern du hast es einfach machen müssen. Und das hat mir so ein bisschen gezeigt, so okay, auch dein Spruch, dranbleiben. Du musst einfach Dinge durchziehen, du musst einfach Dinge machen, ob du es gut findest oder schlecht findest. Da gibt es jetzt keinen Weg dran vorbei. Und das war so der erste Start, diese Grundausbildung, so einfach Dinge machen, mit vielen Jungs auf der Stube leben. Das hat mir unglaublich gut getan, so in den einfachen Bedingungen, auch mit diesem frühen Aufstehen. Und später war ich dann bei so einer Spezialeinheit, den Hochgebirgsjägern. Dafür muss man sich qualifizieren. Das sind dann nur so 15 Jungs. Und da, das kannst du dir ja noch vorstellen, da macht man sowas wie Bergläufe jeden Tag. Und da kam dann dieser Hochleistungssportgedanke wieder dazu. Also das waren alles Jungs, die kamen so aus dem Rennradfahren oder aus dem Laufen oder so aus vielen Ausdauersportarten. Die waren viel kleiner und mächtiger als ich. Ich war damals auch schon, also ich bin jetzt so 1,92 groß, hab damals auch so über 95 Kilo gewogen. Das war damals ein bisschen kräftiger für die Jungs, ja. So, und da war ich in so einer Truppe, die immer, ja, du kennst das, Druck, drei Geschwindigkeit geliebt hat. Ja, wir haben so Klag nicht kämpft bei einer unserer Einstellung. Ja, das hat mir einfach unglaublich viel fürs Leben mitgegeben. Das habe ich damals nicht begriffen als junger Mensch, aber habe es jetzt später und jetzt auch nach wie vor dieses, hey, beschwer dich nicht, mach, zieh es durch, beiß dich jetzt mal durch und später kannst du immer noch drüber nachdenken und meckern. Ja, ich möchte diese Zeit nicht missen, bin da sehr dankbar für. Und wenn mich einer fragt, wie das war, wie es vergleichbar ist, dann sage ich immer, heute gibt es das bei Jochen Schweizer Erlebnisreisen, da kannst du das für viel Geld machen. Das war mein Leben, ja, also mit dem Helikopter fliegen, im Iglu schlafen und mit Skiern die Berge rauf und runterlaufen. Das war mein normales Leben und es war die beste Zeit hier. Gibt es einen bestimmten Wert oder bestimmte Eigenschaft, die du für dich aus dieser Zeit mitnimmst, die dir heute auch noch wichtig ist? Ja, Kameradschaft, Kameradschaft und Loyalität. Das ist ja auch im Teamsport so. Du bist in einer Mannschaft, in einer Sportart, 20, 25, 30 Jungs oder Mädels, die da zusammen sind. Und das sind nicht alles deine besten Freunde. Müssen sie auch gar nicht sein. Du musst da nicht jede Nase mögen und du musst da nicht mit jedem super klarkommen. Aber wenn wir in den Wettkampf gehen, wenn es darauf ankommt, dann muss ich mich auf jeden verlassen können. Bei den Hochgebirgssägern ist ja auch schon 20 Jahre her. Da ist man auch gerne mal in so ein Lawinenfeld einfach mal bewusst reingefahren, um mal so zu gucken, was so passiert, wenn die Lawine auslöst. Das machst du halt nur, wenn du wirklich weißt, dass die Jungs hinter dir deinen Rücken haben und im Notfall da hinterher fahren und schauen, ey, wo ist denn der Arne? Wir müssen ihn da ausgraben. Und das ist im Sport auch so. Wenn du nach vorne rennst und immer im Sport zu bleiben und versuchst, da den Ball zu gewinnen, dann musst du davon ausgehen, dass hinter dir die anderen Jungs auch mitrennen und das Gleiche tun. Und ja, das habe ich da gelernt, dass es nicht wichtig ist, dass man mit allen Best Friend ist, aber sich auf seine Kameraden verlassen muss, auf seine Teammitglieder verlassen muss. Und wenn du das hast und wenn du da wirklich eine gute Truppe bist, dann kannst du sehr, sehr viel erreichen im Leben. Ja, schöne Parallelen, die du da ziehst, auch zum Leistungssport und zum Teamsport. Du hast ein Buch geschrieben, Bessermacher heißt das. Und eine Sache, auf die du eingehst da, und das ist zumindest auch etwas, was ich noch auch mit Bundeswehr verbinde, ist der Begriff Disziplin. Was verstehst du darunter? Disziplin ist für mich das zu tun, was mich meinem langfristigen Ziel näher bringt, anstatt dem zu widerstehen, worauf ich kurzfristig Lust habe. Und das ist ja immer an so banalen Beispielen zu koppeln. Ich liebe Süßigkeiten, mag die wirklich gern. Ich esse die wirklich gern. Das glauben ja immer Menschen nicht, dass Menschen wie ich oder du, die Sport machen, Fitness machen, die sehr viel trainieren, die offensichtlich auch fit sind, also wo man das sehen kann, dass die gerne so ungesunde Sachen mögen. Ja klar, Marc, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich liebe das. Ich könnte so eine Haribo-Box ganz alleine aufessen in kürzester Zeit. Kein Problem. Aber ich weiß, dass ich mich danach erstens miserabel fühle, dass das meinen Körper nicht so gut verträgt. Ich weiß, dass ich auch mich mental nicht danach gut fühle, weil ich das bereue, dass ich so viel auf einmal gegessen habe. Und ich weiß, dass es einfach für meine Gesundheit nicht gut ist. Das heißt, ich muss mich sehr bewusst dafür entscheiden, das zu tun. Und das tue ich auch. Dann esse ich auch gerne ein, zwei, drei, vier Stücke Kuchen oder auch mehr als eine Handvoll Süßigkeiten. Aber es muss halt immer diese Balance haben. Wo will ich langfristig hin? Ich will langfristig gesund sein. Ich will gesund alt werden. Ich will leistungsfähig sein. Ich will fit sein. Und das ist für mich Disziplin, dieses zu managen, da immer wieder dran zu bleiben und meine langfristigen Ziele zu verfolgen. Du bist Athletiktrainer, hauptberuflich. Und zwar arbeitest du unter anderem mit der Basketball- und Eishockey-Nationalmannschaft zusammen. Du betreust auch Spitzensportler. Wie kam das eigentlich und was fasziniert dich an dieser Arbeit? Ja, ich kam von der Bundeswehr zurück nach Köln. Und da gab es, für das, was wir da getan haben, gibt es ja keinen normalen Job im zivilen Leben. Ich wusste aber, dass mir Sport und Training, dass mir das gut gefallen hat und mir viel Spaß gemacht hat. und bin durch Zufall auch unbewusst ins Fitnessstudio gegangen und habe dort ein Praktikum gemacht. Ein Jahr habe ich ein Praktikum im Fitnessstudio gemacht. Habe gemerkt, dass dieses Coaching cool ist, dass mir das passt. Ich mochte, dass Menschen zu helfen. Habe aber gemerkt, wenn ich Menschen, normalen Menschen, Trainingspläne schreibe, dann investiere ich da eine Stunde Zeit und mache mir da wirklich Gedanken, dass das cool ist und schreibe es in den Trainingsplan, gebe den mit. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich dann, wenn ich die so 10, 14 Tage später wieder gesehen habe, ich sage, hä, was machst du denn da? Ich habe dir doch was ganz anderes auf den Plan geschrieben. Und dann habe ich gesagt, ja, aber mein Kumpel hier vorne, der hat mir mal eine neue Übung gezeigt und jetzt mache ich mal dies und jetzt mache ich mal das. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist ja Quatsch. Also ich habe mir ja wirklich da was bei gedacht. Und dann habe ich gesagt, okay, wo habe ich das damals gelernt? Ja, ich habe es bei den Profis, bei den Experten, da habe ich das gesehen und wollte unbedingt wieder mit den Sportlern arbeiten. Und damals gab es halt, ja, 20 Jahre her, war Personal Training nur so ein ganz kleiner Markt. Das war nur für Celebrities und so, das gab es im US-Markt. Und so habe ich angefangen, Menschen privat zu trainieren, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich die jetzt wirklich jedes Mal sehe beim Sport, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie das machen, was ich denen sage. Und ich möchte halt Sport da trainieren. Tja, und da habe ich halt ganz unten angefangen. Meine erste Sportmannschaft war eine U19 American Football Mannschaft, die sich neu gegründet hat. Kannst dir aber vorstellen, wie das vor 20 Jahren aussah. Das waren also wirklich nur Jungs, die irgendwie übrig geblieben waren, die es nicht ins Fußballteam geschafft haben, die nicht Basketball spielen konnten, nicht Handball. Das war so wie bei Cool Runnings. Kennst du diese, wenn die da so nebeneinander stehen und der eine ist riesengroß, der eine ist viel zu dick, der eine hat eine Brille. Also wirklich wie so ein zusammengewürfelter Haufen. Ja, und so habe ich angefangen zu arbeiten mit Athleten und habe die trainiert, da hat dann eine große Freude brand und bin da immer so ein Schrittchen weitergekommen und bin zum nächsten Team gekommen und ja, das war damals nicht geplant, aber unterbewusst bin ich immer so eine Flughöhe höher gekommen und die wurden immer ein bisschen besser, die Athleten auf dem Level, in der Sportart. Naja, und irgendwann hast du halt dann Profis dabei und Spitzensportler dabei und wenn du dann ein bisschen Glück hast, dann wird auch einer mal Weltmeister. Ja, Glückwunsch. Und dabei sind ja einige dabei. Goldmedaille, Bronzemedaille und Silbermedaille. Athletiktrainer. Ich würde gerne auf den Begriff nochmal eingehen. Was bedeutet eigentlich Athletik und können wir das irgendwie trennen von, wenn wir jetzt sagen, Fitnesstrainer oder Kraftcoach? Die Athletik ist ja, glaube ich, ein sehr vielseitiger Begriff. Da kannst du dir was drunter vorstellen oder was anderes drunter vorstellen. Für mich ist es, dass wir es schaffen, alle fünf motorischen Fähigkeiten so auszuprägen, auszutrainieren, dass sie, und da ich arbeite ja immer mit Sportlern, die eine bestimmte Sportart machen, für diese Sportart perfekt geeignet sind. Motorische Fähigkeit, was ist das? Also wir haben ja Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination. Und da versuche ich für den Athleten ein Profil zu erstellen. Was braucht er denn, um seine Sportart ideal auszufüllen? Und versuche das dann so auszuarbeiten, dass der dafür perfekt aufgestellt ist. Um mal ein Beispiel zu nennen, wenn du jetzt einen Läufer hast und der macht Athletiktraining, der hat natürlich ein ganz anderes Kraftniveau als jemand, der American Football spielt, um dabei wieder zu bleiben. Das heißt, der braucht natürlich auch ein bisschen Kraft, um seinen Antrieb, seinen Vorschub zu erzeugen. Der muss aber vor allen Dingen viel Core, viel Rumpfmuskulatur haben, dass er in der Körpermitte seine Laufposition, seine spezifische Position beibehalten kann. Klar, dass der Ausdauer braucht. Beweglichkeit braucht er auch. Koordination, ja. Schnelligkeit kommt auch an, welche Laufdisziplin er hat. Und so hangele ich mich eigentlich an jedes Sportartenprofil daher, sodass ich für diesen Athleten ein athletisches Profil erstelle, um dies dann zu testen, damit ich weiß, wo steht er gerade, um ihm dann daraufhin einen Trainingsplan zu erstellen. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Arne, ich habe die letzten 20 Jahre gar keinen Sport gemacht, ich würde aber gerne fit werden, so in dieser Spezifizität. Wo würdest du anfangen? Für mich ist da das Wichtigste, erst mal dieses Kennenlerngespräch zu haben. Ich weiß, das wird dir ja auch so gehen, du kriegst ja ganz oft wahrscheinlich so Nachrichten, hey, ich spiele Basketball, was sind deine Top 3 Übungen, die du hast für mich? Das kriege ich so oft, ich kriege so oft so Fragen, ja, Arne, ich habe mir Kurzerhandel gekauft, welche drei Übungen soll ich machen? Dann sage ich, ja, keine Ahnung, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich kenne dich nicht. Es ist so komplex, es gibt halt nicht diese eine One-Size-Fits-All-Lösung, sondern ich arbeite ja als Personal Trainer und ich versuche Menschen individuell zu helfen, dass ich frage, ja, keine Ahnung, wo kommst du denn her? Was hast du denn schon gemacht? Wie ist denn dein Verlauf? Was hast du die letzten 20 Jahre gemacht? Wo ich immer halt starte, ist zu gucken, was hat der für ein Zeitbudget, wie viel Zeit kann der tatsächlich aufbringen für Sport. Dann schaue ich mir an, was hat der ja so für so einen Lifestyle und für Erwartungsziele. Also passen die Ziele mit dem überein, was er da so vorgibt, muss man dem vielleicht mal die Augen öffnen und mal eine Ansage machen und sagen, ja, Freundchen, das wird so nichts, weil dein Ziel kann so und so aussehen, aber hier kommst du nicht hin. Ja, und dann versuche ich einen Trägsplan zu erstellen, der diese fünf motorischen Fähigkeiten irgendwie beinhaltet. Vermutlich bei den meisten Privatpersonen deckt es sich ja dann auf die drei Säulen Kraft, Ausdauer und Wirklichkeit ab. Da lasse ich dann das Thema Schnelligkeit und Koordination erstmal so ein bisschen hinten an, weil die meisten wollen nicht höher springen oder schneller sprinten, sondern die wollen erstmal ein bisschen Muskulatur aufbauen oder die wollen ein bisschen Körperfett reduzieren oder die wollen den Rückenschmerzen loswerden. So sind dann wahrscheinlich diese drei Bausteine. Es gibt ja diese Standardfrage aus dem Fitnessbereich, Kraft versus Ausdauer. Was ist wichtiger? Ich stelle sie einfach mal so platt. Also pauschal würde ich versuchen zu sagen, da die meisten Menschen eher Fett reduzieren wollen, eher in Shape kommen wollen, eher fitter aussehen wollen, würde ich immer das Krafttraining priorisieren. Wobei natürlich die Aussage einfach falsch ist, weil ich will natürlich die Gesundheit des Menschen und die kardiovaskuläre Training auch fördern. Aber wenn ich so ein bisschen diese Zeit verteilen müsste, würde ich den Fokus eher auf Kraft legen und natürlich die Ausdauerteile parallel zu kombinieren oder es halt kombinieren in so Workouts, wo nachher so High-Intensity- Intervall-Trägen dabei ist oder wenn der sich schon bewegt oder versuchen, dass der in seinem Alltag irgendwelche Wege mit dem Fahrrad machen kann oder zu Fuß machen kann oder dass der genügend Steps sammelt. Also die Möglichkeiten sind ja vielfältig. Ich weiß, die Antwort ist nicht zufriedenstellend, aber so irgendwie würde ich mich da vorhangeln. Ich finde es schon sehr hilfreich, weil es so ein bisschen bei der Priorisierung hilft. Ich glaube, viele stehen ja davor, dass sie gar nicht wissen bei all dem, was man machen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich an mein eigenes Training denke, ich würde gern noch so viel trainieren und so viel lernen und das Leben ist zu kurz dafür. Also irgendwo muss man sich dann festlegen. Absolut. Absolut. Und das kommt ja natürlich auch da ein bisschen auf den Faktor, gerade wenn die beginnen, die Menschen, auf das, was ihnen Spaß macht. Also ich will ja vor allem erstmal so ein Habit kreieren, ich will eine Gewohnheit kreieren und ich nenne jetzt immer so diesen Teddybär-Effekt. Also wenn jemand sagt, boah, ich liebe den Stepper im Fitnessstudio, dann würde ich jetzt pauschal sagen, boah, weiß ich jetzt nicht, ob du das machen musst, ob du jetzt eine Stunde drauf gehst, die Zeit können wir effektiver nutzen. Aber wenn er sagt, nee, es macht total Spaß, das mache ich total gerne zweimal die Woche, kann ich denn noch zusätzlich was machen? Wieso soll ich dir den Teddybär aus seinen Armen reißen und ihm das, was ihm Spaß macht, wegnehmen, sondern lass ihn das doch erstmal oder ihr und addiere etwas zusätzlich, um nach und nach durch Aufklärung oder durch den Fokussierung auf andere Dinge oder auch den Spaß auf andere Dinge demjenigen dabei zu helfen. Wenn du an deine Spitzensportler denkst, an die Profis, die du trainierst, gibt es halt bestimmte Fähigkeiten, die du ihnen beibringst oder auf die du wertlichst, die vielleicht auch universell sind, also für alle, die jetzt zuhören oder für viele, die zuhören? Ja, ich versuche jedem Athleten beizubringen, dass er sich selbst ohne meine Hilfe helfen kann. Also ich versuche, mich eigentlich unnütz zu machen. Das wird natürlich nie passieren, weil natürlich immer wieder neue Szenarien auftauchen, aber ich versuche, dem Athleten erstmal zu erklären, was er da macht, warum er das macht und wie er das macht. Und wenn der Athlet selber in der Lage ist, sich aufzuwärmen mit seiner eigenen Routine, die für ihn zusammengeschnitten ist, die er selbstständig machen kann an jedem Ort der Welt, da habe ich ihm schon mal brutal geholfen, weil er weiß, okay, so bringe ich mich in die Verfassung, dass ich meiner Sportart nachgehen kann. Wenn ich ihm beibringe, wie mein Konzept von Training aussieht, also ich habe eine klare Philosophie, wie ein Krafttraining auszusehen hat, welchen Bewegungsmuster wir da trainieren, welcher Art wir das trainieren, was für ihn die richtigen Übungen sind, dann kann der Athlet, wenn er mit mir länger Zeit zusammengearbeitet hat, sich in jedem Kraftraum der Welt zurechtfinden, weil er weiß, okay, so und so, das passt, hier brauche ich das, jetzt mache ich das in diesem Umfang und und und. Und das ist eigentlich erstmal für mich total cool, wenn ich sehe, die Athleten wissen da, was sie tun und ich bin da nicht der alleinige Animateur. Ich liebe das, Leute zu animieren und Leute zu motivieren. Ich persönlich, ich als Ahne, lebe von meiner Energie. Ich bin, glaube ich, ganz gut darin, Menschen anzuheizen, dass die Gas geben und zu denken. Das ist auch total wichtig und richtig. Aber ich freue mich auch, wenn die Leute einfach auch oder die Athleten oder die Privatpersonen selbstständig wissen, was sie brauchen und was sie tun können. Ich glaube, ein Argument, was häufig kommt, ist auch bei Leuten, die vielleicht Profis sehen oder auch Menschen, die schon viele, viele Jahre lang gesunde Fitnessroutinen haben, die regelmäßig trainieren und die schauen sich diese Menschen an und sagen, ja, gut, du bist aber auch sportlich, ich halt nicht. Vielleicht kann man es auch übersetzen, man kann von Talent reden. Ich glaube, gerade im Spitzensport ist das natürlich wichtig. Ich unterstelle immer, die meisten, die sich dort bewegen, die bringen auf jeden Fall Talent mit. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Fleiß wichtig. Was ist wichtiger? Wie wichtig ist sozusagen das Sportlergehen, die Veranlagung und wie wichtig ist der Aspekt Fleiß oder auch Disziplin in dem Fall? Es geht mir so, bei Social Media kriege ich oft so ausgespielt so Motivationsvideos, du kannst alles schaffen, du musst nur hart genug dafür arbeiten, you can do it, bla, 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 so. Und da sage ich immer, nee, stimmt nicht, ist falsch. Nicht jeder kann alles schaffen. Wenn du mir ein Fußball gibst und stellst mir jetzt einen Trainer beiseite und lässt mich jetzt da drei Jahre Fußball trainieren, dann werde ich ein ganz okayer Fußballspieler sein, aber ich werde nie richtig gut und ich werde nie Profi werden, weil ich nicht das Talent habe, Fußball zu spielen. Ich kann ganz okay kicken, auch jetzt, wenn wir auf den Platz gehen, wenn wir den Spaß haben, aber mir fehlt das nötige Talent dazu. Ich habe die Arbeitseinstellung, ich habe den Fleiß, ich werde bestimmt mehr trainieren als andere, aber ich habe es halt nicht. Und das heißt, die Basis ist immer ein Talent und alle Profisportler haben ein Talent. Das Talent muss aber nicht sein, um mal jetzt ein plakatives Beispiel zu haben, dass die den Ball oder den Fußball so behandeln können wie Jamal Musiala oder Flo Wirtz. Die haben ein ganz tolles Ballgefühl, die wissen, was sie tun und das ist instinktiv und dem brauchst du jetzt nicht sagen, spiel rechts oder links. Das fühlen die einfach sehr im Talent. Das Talent kann sie aber auch anders ausprägen, indem sie das vielleicht ein bisschen weniger von diesem Touch haben, aber schon früh erkannt haben, wie verhalte ich mich in einem Team, wie schaffe ich es da, pünktlich beim Training zu sein, in der Gruppe nicht negativ aufzufallen, trotzdem meine eigenen Bedürfnisse durchzusetzen, vernünftig zu schlafen, vernünftig zu essen, meine anderen Lebenssituationen in den Griff zu kriegen und, 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 und. Es ist ja auch ein Talent, sein Leben so zu organisieren, dass man professionellen Sport betreiben kann. Das ist ja auch immer das, was ich sage, wenn ich mit den Leuten spreche. Ja, ich bin fit und sportlich, aber nur, weil ich in der Fitnessbranche arbeite, heißt ja nicht, dass ich den ganzen Tag Sport machen kann. Das heißt, ich muss ja die gleichen Entbehrungen, habe ich ja wie jeder andere auch, also ob du im Büro bist und Bankkaufmann bist oder in der Unternehmensberatung, wir haben fast den gleichen Lifestyle, außer dass ich schon die Joggenhose anhabe. Also vielleicht ist mein Umziehen aus dem Sakko und dem Hemd ein bisschen kürzer als bei anderen Menschen, weil ich eine Joggenhose trage, aber sonst habe ich den gleichen Struggle. Und deswegen belügen sich da, glaube ich, die Menschen halt immer. Die sehen halt immer dieses Endresultat und sagen, ja, du hast halt besonders viel Talent gehabt. Ja, stimmt, die haben irgendwo Talent und das Talent kann sich vielfältig ausbringen, aber dann kommt halt verdammt viel Arbeit dazu. Also nur, weil du das ein bisschen gut kannst, musst du halt Arbeit reinstecken. Und eins der größten Talente und auch dieses Fleißfaktor, das ist kombiniert in Form von, diese Athleten können halt diese Langeweile des Trainings ertragen. Die sind in der Lage, diese Tag ein, Tag aus den gleichen Kram wieder zu immer und immer und immer und immer zu wiederholen, weil unser Leben im Berufssport ist nicht so shiny, es ist nicht so blinky, wie man sich immer vorstellt. Das ist das, was die Leute mittwochs abends in der Champions League jetzt sehen, um Fußballer zu bleiben oder Samstag zum 15.30. Aber den normalen Donnerstagvormittag, wo wir, weiß ich nicht, bei vier Grad im Regen irgendwie Standardsituationen trainieren oder in der Basketballhalle irgendwo in Serbien nach einem langen Auswärtstrip hingeflogen sind, das sieht halt keiner. Und da geht es ja trotzdem rum, sich richtig zu ernähren, richtig zu schlafen und 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 und. Also diese Kombination aus Talent und harter Arbeit, ich glaube, das ist das, was die Top-Sportler so gut macht. In deinem Buch Bessermacher teilst du ja deine Erfahrungen. Du machst das schon seit 20 Jahren als Athletiktrainer. Jetzt hast du ein Buch geschrieben, das übrigens auch Spiegel Bestseller geworden ist. Glückwunsch an der Stelle. Wie kam es, dass du auf einmal gesagt hast, jetzt schreibe ich ein Buch? Da muss ich auch ein bisschen zu gedrängt werden, zu gepusht werden, zu motiviert werden. Wie im Leben es immer so ist, dieser Overnight-Success hat zehn Jahre gedauert. Ich arbeite, wie du sagst, schon sehr lange als Coach, als Athletiktrainer. und hatte im letzten Jahr eine gute Phase, wo ich erst mit der Basketball-Nationalmannschaft die Bronze-Medaille bei der EM in Deutschland gewann, dann in der gleichen Saison, aber im nächsten Jahr die Silber-Medaille mit der Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft gewonnen habe und dann im gleichen Jahr Basketball-Weltmeister wurde. Und dieses Trippel von Bronze, Silber und Gold, das hat sich irgendwie schon cool angefühlt und das war natürlich auch besonders und in zwei verschiedenen Sportarten, Medaille so international zu gewinnen, das passiert, glaube ich, auch nicht so oft. Und da kam ein befreundeter Journalist, mit dem ich schon lange auch zusammengearbeitet habe, der auch schon Geschichten gemacht hat, Storys gemacht hat, der sagte, ja, das musst du ja eigentlich jetzt mal runterschreiben, das ist ja schon eine coole Geschichte. Dann habe ich gesagt, ja, so kurz nach der WM, ja, ich weiß jetzt auch nicht so genau und dann hat er gesagt, ja, lass uns doch mal treffen und da habe ich gesagt, ja, ist doch eine geile Geschichte, das mal alles so zusammenzufassen, was du so erlebt hast in den letzten 20 Jahren und vor allen Dingen, der Titel ist natürlich auch etwas plakativ, Bessermacher bei einem Gesicht drauf, bezieht es ja gar nicht alleine auf mich, also ich würde nicht behaupten, dass ich alleine die Weisheit mit Löffel gefressen habe, aber ich habe ja über 20 Jahre viele Erfahrungen gesammelt von Athleten und mit Teams und kann dir ja relativ klar sagen, was nicht funktioniert und was funktioniert, weil ich sehe diese Athleten ja tagtäglich und beobachte, was sie tun und wenn ich etwas feststelle, was die machen und was funktioniert, dann habe ich das einfach mal zusammengefasst und dieses Buch reingepackt, denn wir sind ja heute in einer Gesellschaft von Informationsüberschuss, wir kriegen ja jeden Tag, ob über die digitale Welt oder über Informationen von Gesprächen, tausend Ideen, was man alles so machen kann, wie man sich ernähren kann, wie man schlafen kann, wie man trainieren kann, aber ich merke, dass da viele Dinge einfach auch vielleicht nicht so ideal sind oder optimal sind und habe einfach das, was ich weiß und meine Erfahrungen von den Besten, die mich besser machen, zusammengefasst in diesem Buch und da geht es halt um Training, Ernährung, Regeneration und Mindset und ja, ich glaube, was das Feedback ist, man kann das kurzweilig runterlesen, ich liebe so Checkboxen, ich tue mich selber schwer an so einem Buch von Seite 1 bis Seite 211 zu lesen und man kann einfach blättern und dann sieht er so graue Kästchen und da kriegt man so easy Lifehacks, die man da mitnehmen kann und wenn er ins Detail einsteigen möchte, liest man das ganze Kapitel und das war der Grund, das Buch zu schreiben. Kann ich nur zustimmen, das Buch ist richtig gut zu lesen, ich habe mich auch so an Themen lang gehangelt und ich sehe da auch eine große Schnittmenge mit den Themen, die wir hier im Podcast besprechen, also wer jetzt zuhört und sagt, Mensch, der Arne ist ja ein cooler Typ, dem kann ich auch nur empfehlen, geh den nächsten Schritt, kauf das Buch mal, Bessermacher heißt das, verlinke ich in den Shownotes, kann man sehr, sehr, sehr gut lesen, finde ich auch und Spiegel Bestseller gleich mit dem ersten Erstlingswerk, also auch da hast du es besser gemacht als die meisten anderen. Glückwunsch nochmal an der Stelle und ich muss tatsächlich jetzt aus eigenem Interesse nochmal fragen, ich habe nämlich auch gerade noch ein geheimes Buchprojekt hier in der Pipeline, das, wenn alles glatt läuft, dieses Jahr sogar noch rauskommt und ich habe es bisher nicht geschafft, Spiegel Bestseller rauszubringen. Kannst du mir einen Tipp geben? Gibt es irgendwie den einen kleinen Hack, den du mir hier mitgeben kannst? Also erstmal vielen Dank für die lieben Worte. Den einen kleinen Hack gibt es genauso wie beim Thema Fitness leider nicht. Es gibt nicht die eine Magic-Pill. Ich habe es befürchtet. Aber, aber ich bin mir sicher, dass du, weil du ja so eine überragende Community hast, dass diese Community alle das Buch kaufen werden oder sehr viele von denen und ich glaube, da geht es für dich so ein bisschen darum, das zu teilen, dass alle Menschen, die eh dir folgen, die deine Kanäle abonnieren, die das, was du tust, wertschätzen, dass die alle zu einem ähnlichen Zeitpunkt dieses Buch kaufen und nicht der eine im November und der andere dann im Dezember, sondern alle zum gleichen Zeitpunkt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man alle Menschen, die man so in seinem Umfeld hat, darauf fokussiert, dass sie das Buch kaufen. Aber da bin ich mir sicher, bei deiner tollen Plattform, dass du das schaffst, dass das nächste Buch da auch ein bester wird, weil ich habe ja dir auch schon im Vorgespräch gesagt, ich wusste, dass es da einen Podcast gibt, ich habe das schon wahrgenommen und wer so lange so nachhaltig gute Arbeit macht, der verkauft bestimmt auch ein Buch als Bestseller. Ja, vielen Dank. Das motiviert mich auf jeden Fall, hier Gas zu geben und schauen wir mal. Also ich werde das auf jeden Fall beherzigen, was du sagst und jeder, der jetzt zuhört, macht dich auf die Breitseite Werbung für mein Buch gefasst. Das kommt dann in Zukunft noch. Mal sehen, vielleicht schaffen wir das. Lass uns zurück zum Thema kommen. Also Erfolg im Spitzensport ist ja auch eine der großen Themen, um die es in deinem Buch geht. Wir haben ja auch schon über einiges gesprochen, aber gibt es noch vielleicht weitere Punkte, über die wir noch nicht gesprochen haben, die Erfolg im Spitzensport ausmachen? Ja, das ist eine komplexe Frage. Wenn man wüsste, wie man immer erfolgreich ist und wie man erfolgreich ist, dann würden das wahrscheinlich mehr Teams beherzigen. Mein Credo ist ja, Erfolg ist nicht planbar, Leistung schon. So habe ich begonnen in der Branche, unterbewusste, unbewusste und desto länger ich dabei bin, desto mehr beherzige ich das. Was meine ich damit? Wieso ist Erfolg nicht planbar? Wir haben das jetzt im Sommer gesehen, als wir mit den, oder letzten Sommer gesehen, als wir mit den Basketballern bei der WM war. Da hatten wir sowohl die Leistung als auch den Erfolg sind Basketball-Weltmeister geworden. Aber wir haben im Viertelfinale ein Spiel gespielt gegen eine schwächere Mannschaft, wo die den letzten Wurf hatten. Das heißt, das Spiel war so, wir haben mit einem Punkt, glaube ich, oder zwei Punkten geführt. Zwei Punkte, glaube ich. Die hatten den letzten Wurf, treffen die den Drei-Punkte-Wurf, geht der rein, sind wir raus im Viertelfinale und das Ding endet ganz anders. Was will ich damit sagen? Da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Da gehört auch ein bisschen Momentum dazu. Da gibt es verschiedene Parameter, die dafür entscheidend sind. So wie jetzt bei den Olympischen Spielen, wo wir in Anführungsstrichen nur Vierter geworden sind. Was für den deutschen Basketball immer noch riesengroß ist. Das darf man nicht vergessen. Wir haben davor Ewigkeiten gar nichts gewonnen und haben jetzt innerhalb von kürzester Zeit zwei Medaillen gewonnen und sind einmal Vierter geworden. Deswegen, man muss immer so ein bisschen gucken und deswegen fokussiere ich mich in meinem Job immer auf die Leistung. Was heißt das? Ich habe ja als Athletetrainer keinen direkten Einfluss darauf, ob wir gewinnen oder verlieren. Wenn eine Mannschaft 1-0 durch ein blödes Eigentor im Fußball verliert, habe ich nichts mehr zu tun, kann ich nichts machen. Wenn eine Mannschaft im Basketball, jetzt wie dieses Beispiel, wenn der Ball reingeht, dann haben wir trotzdem in unsere Leistung gebracht, hatten halt Pech oder nicht das Quäntchen Glück oder haben wir halt was auch immer. So und Leistung kann ich aber beeinflussen. Also wenn mir die Puste ausgeht in den letzten Minuten des Spiels und ich merke, oh meine Mannschaft ist nicht leistungsfähig, dann kann ich sagen, ah da ist jetzt der Fokus eher irgendwie verloren gegangen. Das heißt, ich versuche mich auf meine Leistung zu fokussieren, auf die Dinge, die ich selber in der Hand habe. So ein Kühlschrankspruch ist Control the Controllables, also kontrolliere das Kontrollierbare und das ist das, was ich dann für mich mache. Also ich kontrolliere meine Dinger, haben wir gut trainiert, haben wir unsere Belastungssteuerung gut gemacht, haben wir gut gegessen, haben wir gut geschlafen, sind wir pünktlich, haben wir die richtige mentale Einstellung. Dann ist es schon mal sehr viel Wahrscheinlichkeit, dass wir auch erfolgreich sind, als wenn wir das halt nicht getan haben. Du gehst in deinem Buch auch auf das Thema Führung ein, also das Führen von Sportlern, Führen als Coach. Was macht für dich eine gute Führungspersönlichkeit aus? Ich habe in meiner Karriere sehr viele verschiedene Führungsziele kennenlernen dürfen. Mein erster Kontakt war in der Schule, da bin ich nicht geführt worden, sondern da war ich eher aufmüpfig und habe gemacht, was ich wollte, bis ich dann, wie beschrieben, bei der Bundeswehr war und seitdem natürlich mit vielen Headcoaches, also mit Cheftrainern zugangen bin, die ihre Mannschaft ganz unterschiedlich führen und ich musste meinen Führungsstil hart erarbeiten. Ich wusste nicht, wie man führt. Ich habe das nie gelernt, sondern es ist einfach über meine Erfahrungen gekommen und ich merke dadurch, dass ich häufig mit jungen Menschen zusammenarbeite, die ja jetzt mittlerweile 20 Jahre jünger sind als ich, aber auch mit Unternehmern, Unternehmerinnen, dass ich meinen eigenen Weg da gefunden habe, wie ich diese Menschen beeinflüsse und ich glaube, das ist halt auch das, was ich versuche vorzuleben. Practice what you preach, also lebe das vor. Du kannst nichts von jemandem erwarten, was du nicht selber tust. Also wenn wir beim Thema Ernährung sind und wir sind mit der Mannschaft am Buffet und ich haue mir da den gleichen Kram rein, wie die Jungs, von denen ich sage, ja, das ist erstmal was anderes, dann nehmen die das nicht so ernst. Wenn die mich aber beobachten und das tun Menschen, Menschen schauen sich immer an, was machen die anderen Menschen und du dein Leben für das Thema Fitness oder Training oder Ernährung im Griff hast und da vorangehst, dann orientieren sich die Menschen dran. Deswegen ist das für mich wichtig, dass ich meine Coaches, meine Mitarbeiter in meinem eigenen Unternehmen, aber auch meine Athleten, meine Privatkunden, mit denen ich arbeite, einfach durch, so wie ich bin, das vorlebe, sie selbst da motiviere, auch so zu sein. Und das ist für mich, glaube ich, das ist schon mal alles Entscheidende, dass ich nicht nur erzähle, sondern wirklich auch selber mache. Ein Thema, was du auch aufgreifst, ist das Thema Glaubenssätze, also Dinge, die wir für wahrhalten, wir Menschen. Gibt es Glaubenssätze, die du hast, von denen du glaubst, dass sie halt nur wenige Menschen haben? Ja, ich habe ja eben gesagt, oder ganz am Anfang mal gesagt, dass ich nicht glaube, dass jeder alles erreichen kann, weil das miteinander verbunden sein muss, was sein Talent ist und was er für Möglichkeiten hat. Aber wenn man etwas gefunden hat, indem man merkt, dass man das in der Lage ist, wenn man merkt, so wie du und ich, du bist jetzt auch Coach und du machst da sehr erfolgreich deine Aktivitäten und ich bin auch ganz okay erfolgreich, das klappt auch irgendwie so ganz gut. Deswegen glaube ich, fälse fest, dass ich in diesem Bereich alles erreichen kann, was ich mir vornehme, für was ich hart arbeite, weil ich sage immer so salopp, wenn Arne Graskowiak einen Spiegel-Bestseller schreiben kann, dann ist wirklich alles möglich im Leben, weil, also wenn meine Lehrer das sehen aus meiner Schulzeit, dann würde ich sagen, das kann der ja gar nicht sein, der konnte ja früher auch nicht meinen Stift gerade halten, jetzt hat der in Spiegel-Bestseller geschrieben. Ja, aber das liegt ja nur daran, weil ich halt mit sehr großer Leidenschaft für das Thema, mit ein bisschen Talent, mit Fleiß, einfach meinen Weg dazu gehe und das einfach immer konsequent weitermache. Und das ist was, was die Leute dann halt nicht glauben, die sagen, ja, aber das ist ja anstrengend, das ist ja blöd und so. Ja, klar, es braucht halt unfassbar viele schlaflose Nächte, viel Arbeit, aber ich glaube, wenn du etwas hast, wo du Spaß daran hast, wo du ein bisschen Talent hast und wo du wirklich in der Lage bist, alles für zu geben, ja, dann ist ja auch alles möglich. Warum denn nicht? Also da kann es ja nur, da kann dich ja keiner schlagen, wenn du da unbegrenzte Leidenschaft hast und Spaß daran hast, dann go for it. Also deswegen glaube ich, dass das sehr viel möglich ist und dass die Leute ja immer so, ha, aber da, nee, nee, keine Ausreden. Du musst einfach nur machen. Wie gesagt, der Punkt ist, habe ich am Anfang gesagt, du musst halt schon ein bisschen dafür fähig sein, also wenn ein junger Mensch zu mir kommt und wie schaffe ich es in die NBA oder wie schaffe ich es in die, was auch immer, Fußball-Bundesliga und der ist mit 16, spielt der noch irgendwo, hat auch nicht angefangen, Fußball zu spielen oder Basketball, dann sage ich, ja, das ist Quatsch. Aber wenn das schon so ein bisschen fruchtet, du merkst, oh, das geht ganz gut, ja, dann Attacke. Hast du einen Lieblingsmisserfolg in deinem Leben? Oh, ich habe so viele Misserfolge gefühlt, weil das ist ja auch ein Teil des Lernprozesses, ein Teil des Wachstums, des inneren Wachstums, dass man sich immer wieder aus der Komfortzone begibt, immer wieder neue Dinge ausprobiert, scheitert, was fehlschlägt, was nicht klappt und dann guckt, reflektiert, was hat da nicht geklappt und das wieder besser macht. Und ich glaube, Menschen, die viel angehen, die viele Dinge tun, die sehr aktiv sind, die, wie ich, ein Unternehmen aufgebaut haben, die Mitarbeiter da eingestellt haben, die machen so viele Fehler. Also ich, das ist ja auch immer so, man sieht immer nachher nur diese tollen Medaillen oder sowas. Und ich liebe ja diesen Quote hier, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da gibt es einen Basketballspieler, Giannis Antutepoco, dieser Greek Freak, das ist so ein Spieler, der wurde dann nach der Niederlage, der Finale, der Niederlage gefragt, ja, wie hätte er sein Ziel nicht erreicht, schon wieder keine Meisterschaft gewonnen. Und da hat er dann so gesagt, ja, Michael Jordan hat irgendwie 15 Jahre in der NBA gespielt und hat nur sechsmal, nur sechsmal die NBA-Meisterschaft gewonnen. Heißt das, dass der die anderen neun Jahre lang gescheitert ist oder Misserfolg hattet, ja, ist ja Quatsch. Wir haben so viele Rückschläge, so viele Dinger, wo wir so, und ich glaube, du wirst ja mit den Jahren, wo du dabei bist, auch im Sport, weil da hast du ja jede Woche Misserfolg, hoffentlich nicht, aber du verlierst eine Menge, ja, du hast eine Menge Niederlagen im Sport, wirst du ja auch besser im Umgang mit diesen Misserfolgen und das gehört dazu. Wie gehst du denn damit um oder welche Gefühle verbindest du mit Situationen, wo du dir was vornimmst, wo du dir auch den Erfolg wünschst, vielleicht auch sehr fokussiert, weiß ich jetzt nicht, wie du da rangehst, aber ich glaube, viele fokussieren sich dann auf das Endergebnis und sind da auch gedanklich drin und dann kommt es halt anders. Welche Gefühle verbindest du mit solchen Situationen, wie gehst du da auch emotional mit um? Das musste ich über die Jahre lernen. Als ich begonnen habe, im Eishockey zu arbeiten, vor neun Jahren, für die Kölner Haie als Fitnesstrainer zu arbeiten, da musste ich feststellen, dass wir viele Spiele haben und wir spielen in der Regel zweimal die Woche, manchmal spielen wir dreimal die Woche und ich habe gemerkt, also wenn wir gewonnen haben, dann hatte ich auch, ich nenne das immer Champagnerstimmung, dann war, wow, super geil, aus der Halle raus, super nach Hause, super, nächster Tag noch, total euphorisch, total super und wenn das negativ war, dann war ich ja schlecht gelacht, und am nächsten Tag und dann wirst du angesprochen, hab dir wieder verloren und scheiße und ich habe gemerkt, boah, und ich habe gemerkt, dass meine emotionale, gefühlselig wie so eine Achterbahn war, es ging immer rauf und runter und rauf und runter, es war total kräftezehrend, es war total anstrengend, das zu managen und ich habe jetzt auch durch einen bekannten Trainer, Gordon Herbert, das ist der Basketball-Bundestrainer, mit dem wir diesen Erfolg hatten, gelernt, meine Ziele zu unterteilen in ergebnisorientierte Ziele und prozessorientierte Ziele und ich habe gemerkt, dass diese ergebnisorientierte Ziele, also Sieg und Niederlage, habe ich eben beschrieben, ich gar nicht so einen großen Einfluss drauf habe, weil, ja, wie gesagt, wenn die 3-2 verlieren und wir gut gespielt haben, aber der Gegner irgendwie besser war und die körperliche Leistung vielleicht gestimmt, da habe ich gerade alles erklärt, dann ist mein Anteil daran jetzt nicht so hoch, aber wenn ich merke, okay, wir hatten jetzt drei Verletzungen, die ohne Gegnereinwirkung waren, wir konnten hinten raus nicht mehr laufen, dann nehme ich das schon mit und dann denke ich mir, boah, das ist aber scheiße gelaufen, ich meine, müssen wir was tun, so, ansonsten habe ich gelernt, das direkt abzulegen, also in dem Moment, wo ich aus der Halle gehe, bei einem normalen Bundesligaspiel, ist das vergessen, also ich gehe aus der Halle raus, steige mein Auto ein und dann beschäftige ich mich nicht mehr, ob wir jetzt gewonnen oder verloren haben, das klingt ein bisschen hart, aber das musst du abschütteln, das ist so, wie so ein Arzt, der Operation macht, du kannst auch nicht die Operation mit nach Hause nehmen und an den ersten Tisch mitbringen, du musst es lernen zu trennen und das habe ich so ein bisschen über die Jahre gelernt, das besser zu managen, zu reflektieren, zu hinterfragen, was kann ich besser machen, woran hat es gelegen, das ist auch so ein schöner Spruch und wenn ich das für mich geklärt habe und war es okay, dann geht es am nächsten Tag dann mit voller Energie weiter und ich habe auch gelernt, Menschen wie ich, Fitnesstrainer, wir müssen ein bisschen a-zyklischer handeln mit unseren Emotionen, weil wenn du gewonnen hast, dann kannst du dir vorstellen, wie das nächsten Morgen ist in der Kabine, alle gut gelaunt, alle ein bisschen locker, alle im Käfchen trinken, alle, da muss so ein Typ wie ich dann eher so ein bisschen die Spaßbremse sein und ein bisschen so, jetzt einfach mal back to work, zurück zur Arbeit, auf geht's, ab in Kraftraum und weiter, wohingegen, wenn wir verloren haben, muss ich nicht als Fitnesstrainer, der da mit dem direkten Ergebnis ja nicht so einen direkten Einfluss hat, nicht auch noch derjenige sein, der noch mit draufhaut und auch schlechte Stimmung hat, sondern da bin ich meistens dann eher so ein bisschen positiver, ein bisschen energetischer, ein bisschen besser gelaunt und versuche die Leute oder die Jungs oder die Mädels dann zu motivieren, dann noch was zu tun, also ein bisschen a-zyklisch zu handeln. Hast du vielleicht auch mal einen Tag, wo du morgens aufstehst und denkst, boah, irgendwie nicht so in meiner Mitte heute? Wie machst du das, dass du dich dann auch in so ein selbst erstmal in so einen positiven Gefühlsstate reinbringst? Hast du da bestimmte Strategien, die du mit uns teilen kannst? Das ist eine bewusste Entscheidung. Be where your feet are, sei da, wo deine Füße sind, also ab in den Raum rein und wenn ich in den Raum reintrete, auch bei mir, bei meinem Gym, dann gucken ja die Leute auf mich. Das ist ja auch etwas, was ich bei mir in meinem eigenen Laden, die Leute schauen natürlich da, wo ist der Chef, also die Trainer und auch die Leute und da hilft es keinem, wenn ich schlechte Laune habe. Also da muss direkt was kommen, das heißt, es ist auch gelernte Energie, also kein Mensch ist immer energetisch, aber es ist gelernte Energie. Ich kann das auf Knopfdruck erzeugen, dass ich da bin und da muss man sich ab und zu schon mal so ein bisschen sagen, okay Arne, jetzt Pobacken zusammen und go, aber da habe ich jetzt keinen direkten Hack. Ehrlicherweise ist es dann auch oft, dass ich mich kurz einmal in die Realität zurück beamen muss. Also wo bin ich hier gerade? Ich bin hier im Kraftraum von einer Profisportmannschaft oder meinem eigenen Gym. Es geht gut, ich bin gesund, ich darf damit meinen Lebensunterhalt bestreiten und mache ein bisschen Sport mit ein paar Leuten. Also mal ganz kurz, hey, straff dich und Attacke Vollgas. Jetzt habe ich bei dir eher jemanden hier zu Gast, der schon seit 20 Jahren Erfahrung mitbringt, auch im Spitzensport. Ich finde es immer spannend, mal zurückzuschauen auf die letzten, nehmen wir mal heute vor 20 Jahren, welche Paradigmen, welche Herangehensweisen auch als Trainer, was Fitness angeht, vielleicht auch allgemeiner gesagt, was Gesundheit angeht, Ernährung, all die Themen auch über, die du in deinem Buch schreibst. Gibt es da bestimmte Dinge, die sich grundlegend verändert haben seitdem? Es haben sich ein paar Dinge dazu entwickelt. Es gibt ein paar mehr Möglichkeiten vielleicht hier und da. Es gab mal ein paar Möglichkeiten, die wir wieder wahrscheinlich abgeschafft haben, die sich wieder rauskristallisiert haben, dass sie nicht notwendig sind. Witzigerweise gab es vor 20 Jahren auch schon eine Langhandel mit Gewichtsscheiben. Es gab die Kurzhandel schon. Es gab irgendwelche Racks, in denen man Kniebeugen machen konnte. Man konnte dort Kreuzdeben machen. Man konnte dort Bankdrücken machen. Man konnte Klimmzüge machen. Es gab die Fitnessmatten schon. Das ist alles geblieben. Und das spricht ja dafür, dass das ganz gut zu sein scheint, sich damit mal zu beschäftigen und dass man dieses Material nutzt. Es gab dann so Zeiten wie Powerplate und so EMS-Training. Das gab mal so große Hypes und auch vor, ich weiß nicht wann die Powerplate ihren Peak hatte, aber wahrscheinlich so vor 15 Jahren. Da wurde von diesem zweimal 20 Minuten Effekt gesprochen. Also nur zweimal 20 Minuten die Woche reichen, um dein Trainingsziel zu erreichen. Es hat sich als nicht wahr behauptet. Es hat nicht funktioniert. Das hat dann diese EMS-Anzüge auch nochmal versucht. Ich habe das Gefühl, auch die EMS-Studios werden wieder weniger. Also es sind so ein paar Dinge geblieben. Und das ist die Dinge, die das wahre Eisen, also das Krafttraining, scheint zu funktionieren. Ich bin so ein bisschen bei der Ernährung immer überrascht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich an meine Grundschulzeit erinnern. Da musste man Milchgeld mitbringen. Und mit dem Milchgeld hat man dann morgens in der ersten Frühstückspause um halb 10 eine Milch bekommen. Eine kalte Milch gab es vom Hausmeister. Stimmt. Und man konnte aussuchen zwischen normaler Milch, Vanillemilch und Kakao. Es gab aber keine Mandelmilch, es gab keine laktosefreie Milch, es gab keine Hafermilch, es gab keine Sojamilch, es gab nur Kuhmilch in diesen drei Varianten. Und ich erinnere mich, dass alle Schüler, es sei denn, die hatten ihr Geld vergessen, aber alle Schüler diese Milch getrunken haben. Und danach ist auch keiner auf die Toilette gerannt und hatte Flitzekacke. Also da ist ja irgendwas passiert. Und das ist halt krass. Also das ist schon krass, wie viele Menschen oder wie unsere Gesellschaft, ob es die Ernährung ist, ich habe noch nicht die Lösung gefunden, aber diese ganzen Unverträglichkeiten, diese ganzen Trends, was man nicht mehr isst, was man vermeidet, was man nicht toleriert, das ist schon sehr stark geworden. Ansonsten glaube ich, dass da die Ernährungsweise relativ ähnlich geblieben ist. Also das Gemüse ganz gut zu sein scheint, wussten wir damals schon. Wir wussten, dass man ein bisschen Protein braucht. Vielleicht hat man nicht so den Fokus drauf gelegt, es stand nicht überall Protein drauf. Und dass so eine Kartoffel auch ab und zu mal ganz gut ist, um ein bisschen Energie zu haben. Also ich würde sagen, es sind ein paar Dinge dazugekommen, es sind auch viele Dinge weggegangen, aber für das Thema Training vor allen Dingen ist das gute alte Krafttraining mit der Langhandel geblieben. Du sprichst auch von einer 1%-Regel. Was verstehst du darunter? Die 1%-Regel habe ich irgendwann mal aufgeschnappt, dass ja, wenn man die Woche in Stunden unterteilt, dann hat die Woche 168 Stunden. Und wenn man das in Minuten runterbricht, dann hat man so davon 1% ausreichend, dann hat man 100 Minuten, die man jede Woche investiert, wenn man 1% in irgendwas investiert. Und da habe ich gesagt, okay, also das Credo oder das Schlagwort könnte ja sein, wenn du sagst, ich habe keine Zeit, dann sage ich immer, du hast doch wohl 1% deiner Zeit übrig für Fitness oder Gesundheit oder Training. Und da sagt dann jeder, ja klar, 1%, das habe ich ja gesagt. Okay, also hast du 100 Minuten Zeit in der Woche. So, das können wir aufteilen, ob das jetzt 3x 35 Minuten sind oder 3x 30 Minuten sind oder ob das 2x 50 Minuten sind. Also daran, so, und das ist so dieser 1%-Träger. Also jeder Mensch ist in der Lage, 1% seiner Zeit in Fitness zu investieren. Ansonsten belügt er sich selbst oder hat er keinen Bock. Aber das ist ja Quatsch. Und ich kann es sogar, ich habe auch ein cooles Beispiel dabei, denn wir sind dieses Jahr mit der Basketball-Nationalmannschaft vom Bundespräsidenten und vom Bundeskanzler ausgezeichnet worden. Da waren wir im Kanzleramt und waren in der Kanzlerwohnung. Wir waren bei Olaf Scholz in der Kanzlerwohnung und wir hatten die Situation, ich verstehe das ja auch für Menschen wie Olaf Scholz, der hat sehr viele Termine am Tag und dann kommt er in so eine Situation rein und es sind dann viele Sportler und da muss man ja irgendwie was erzählen und was quatschen und dann ist ja immer das Gleiche und so. Und ich hatte mir vorher überlegt, ich wollte die beiden, Olaf Scholz und unser Bundespräsidenten fragen, was deren Morgenroutine ist. Einfach so, weil ich das spannend finde, weil so, ich finde das interessant, was erfolgreiche Menschen als erstes morgens machen, so die erste Stunde. Mega Frage, ja. Und da habe ich Olaf Scholz gefragt, Herr Bundeskanzler, darf ich Sie was fragen? Ja, klar. Was machen Sie morgens? Wie sieht Ihre Morgenroutine aus? Und das erste Mal hat die Frage gar nicht verstanden, weil er sagt, was meinen Sie? Ich stehe auf und dann geht's los. Das ist so, ja, okay, aber machen Sie irgendwie Sport oder machen Sie auch Training? Haben Sie da Zeit für? Oh ja, ich bin jetzt Läufer. Und er dachte, oh, Sie laufen, ja, wie oft denn? Ja, zweimal die Woche. Hat meine Frau mir verschrieben, die war unzufrieden mit mir und hat gesagt, ich muss mich mehr bewegen, ich muss mehr laufen und ich laufe zweimal die Woche. Dann habe ich gesagt, ja, es ist ja cool, dass Sie das schaffen mit Ihrem vollen Kalender, zweimal die Woche zu laufen. Und er sagt, ja, ist ganz einfach, ich kann leider nicht einfach so aufstehen und laufen gehen, weil ich muss immer meinem Personenschutz Bescheid sagen, dass ich laufen gehe. Und wenn ich laufen gehen möchte, dann muss mein Personenschutz vorher einmal die Route abchecken, ob da irgendwas ist, ob ich dann irgendwie in eine komische Situation reingehe. Und die müssen mitlaufen, weil ich das nicht alleine machen darf. Das heißt, ich muss bei mir in meinem Kalender einen Termin eintragen, Olaf, weiß ich nicht, sieben Uhr laufen und der Personenschutz muss davon erfahren, die brauchen ja auch ihren Turnbeutel, die müssen ja auch ihre Laufschuhe und ihre Laufklamotten mitbringen. Also müssen die davon Bescheid wissen. Und er sagt, er fühlt sich so schlecht, wenn er morgens aufsteht und diesen Personenschutz versetzt und da den Leuten sagt, er heute Morgen doch kein Laufen, habe keine Lust, habe keine Energie, habe keinen Bock, dass er halt dann auch in diese Laufeinheiten umsetzt. Und das ist ja so Wahnsinn, weil es ist ja genau das, was Menschen wie du und ich erzählen. Ja. Ja. Hey, du musst Accountable bleiben, du musst dir einen Termin setzen, du musst dir das Training in deinen Kalender eintragen, such dir einen Freund oder such dir einen Coach oder such dir einen Arbeitskollegen, verabredet er dich um 7 Uhr oder um 19 Uhr, völlig egal. Und dann steht der eine da und sagt, ja, was ist denn mit dir? Wo bist du denn? Wo bleibst du denn? Und das hilft ja so viel, seinen Trainingsziel zu erreichen, wenn du einen Partner hast, mit dem du das gemeinsam machen kannst. Und ja, deswegen hat es gesagt, das ist ja so geil, Olaf, dass du das so umsetzt. Also sie, ich habe das Olaf mal Laufpumpe gesagt, dass er das schafft, seinen Laufplan so umzusetzen. Und ja, also wenn Olaf Scholz es schafft, da draußen, ihr, die gerade zuhörst, dann schaffst du es auch. Da hat jeder Zeit, zweimal die Woche für 45 Minuten Sport. Also es gibt keine Ausrede. Was für ein geiles Beispiel. Also damit sind die Ausreden weg. Wenn unser Bundeskanzler das macht, egal ob man ihn jetzt wählt oder nicht, jeder weiß, dass es wahrscheinlich wenige Jobs gibt, die so arbeitsintensiv sind. Und der kriegt Sinn zweimal die Woche. Also welche Ausrede gibt es noch? Genau, es gibt keine Ausrede, weil der hat immer, da gibt es ja immer irgendwas. Da gibt es immer einen Folgetermin, da gibt es immer einen Follow-up. Da gibt es ja nie, dass der ins Bett geht und sagt, ach, heute habe ich meine ganze Zutunliste abgearbeitet. Nee, das gibt es einfach nicht. Und deswegen ist das, glaube ich, ein cooles Beispiel. Also wenn es der Bundeskanzler hinbekommt, dann kann es ja jeder. Nehmen wir jetzt mal als Statement mit oder als These. Trotzdem fällt es halt vielen Menschen schwer, konsequent dran zu bleiben an Themen wie Training oder auch Ernährung. Wo siehst du denn die größten Hürden? Warum kriegen es so viele nicht hin? Das eine ist vermutlich der Informationsüberfluss, dieses Nicht-Wissen, was man macht, zu viele Möglichkeiten zu haben. Wenn wir wüssten, es gibt zu Hause nur eine Mathe und sonst nichts, dann würden wir wahrscheinlich bei YouTube eingeben, Mathe und Fitness und da kommt ein Bodyweight-Programm und es gibt keine Alternativen. Die meisten haben aber so viele Ideen, so viele Leute, die ihnen irgendwie einen Tipp geben oder so viele Informationen, die sie schon bekommen haben, dass sie so viele Informationen haben, dass sie sich nicht entscheiden können, was sie tun. Der zweite Punkt ist, ich glaube, dass wir alle so ein bisschen, also warum gibt es denn jedes Jahr, Anfang des Jahres, die Übermotivation von den Leuten, dass sie dann loslegen wollen? Weil wir überschätzen alle, was wir in einer Woche oder einem Monat schaffen, aber wir unterschätzen alle, was wir in einem Jahr schaffen können. Also dieses, ich will jetzt das Ziel erreichen, das ist ja ein bisschen wie mein Beispiel mit dem Schokoriegel, mit den Süßigkeiten. Natürlich ist es völlig egal, wenn du ab und zu was Süßes isst, das ist halt die Anzahl, die Häufigkeit. Wenn ich einmal in der Woche einen Schokoriegel esse, da wird nichts passieren, da wird sich mein Körper und meine Gesundheit und mein Fitness nicht verschlechtern. Aber wenn ich dann jeden Tag das mache, wird es das tun. Wenn ich jeden Tag ins Fitnessstudio renne als Neueinsteiger und da 90 Minuten verbringe, was wird denn passieren? Das kennen wir alle, wenn wir anfangen, ist es halt ein komisches Gefühl. Erstmal macht das keinen Spaß, am nächsten Tag tut mir alles weh. Wenn ich in den Spiegel schaue am nächsten Tag, sehe ich gar nichts, hat nichts verändert. Dann gehe ich nächsten Tag wieder hin zum Sport, mir tut immer noch alles weh, es macht wieder keinen Spaß und meine Kurve geht immer weiter nach unten. Das heißt, ich fühle mich immer schlechter, ich sehe immer noch nichts, es macht immer noch keinen Spaß und ich bin einfach nur demotiviert. Wenn ich aber anfange und mit zweimal die Woche beginnen würde, dann würde ich denken, eigentlich könnte ich auch ein drittes Mal gehen, aber nee, ich lasse es mal bei den zweimal und merke, okay, ich habe alles so ein bisschen im Griff, im Griff, leichtes Kaloriendefizit von 200 Kalorien, nicht von 2000 Kalorien, sondern ganz minimal und ziehe das mal drei Monate durch. Leichtes Kaloriendefizit, gutes Trainingsprogramm, zweimal die Woche mit ausreichender Bewegung und ausreichend Schlaf und gucke nach drei Monaten in den Spiegel und merke, oh, jetzt geht es ja eigentlich, das ist ja Wahnsinn, guck mal hier, die Schulter, ich sehe da was und Bauch ist auch weniger geworden. So, und das ist halt so dieses Problem. Also wir haben erstens sau viele Informationen, wir wollen, getrieben von unserer Umwelt, von den Marketingstrategien, die es draußen gibt, ganz schnell Erfolge haben und sind nicht bereit, mal etwas für einen längeren Zeitraum durchzuziehen. Und deswegen glaube ich auch, das ist eigentlich fast egal, mit was man startet, so man muss einfach loslegen, man muss, wie du sagst, dranbleiben, für etwas konsequent, über einen gewissen Zeitraum erstmal tun. Bist ja selbst auch viel unterwegs, gehe ich davon aus, du hast eben schon gesagt, ihr seid bei internationalen Wettkämpfen mit der Nationalmannschaft unterwegs. Ich unterstelle jetzt mal, du gehst dann wahrscheinlich auch häufiger auswärts essen. Es ist natürlich am einfachsten, die Ernährung in den Griff zu kriegen, wenn man selbst kocht. Nur geht das halt für dich, denke ich mal, häufig nicht, für viele, die jetzt zuhören, auch nicht. Gerade, ich weiß das nur aus meiner Tätigkeit als Angestellter, da war ich häufig auf Projekten in Frankfurt, in München, in Düsseldorf und so weiter. Was bestellst du, wenn du im Restaurant essen gehst? Wie bleibst du da dran? Ja, ich gehe unfassbar selten ins Restaurant. Also privat, wirklich ganz, ganz, ganz selten. Das hat den einfachen Grund, wie du es beschreibst, ich bin viel unterwegs und wenn du mit Teams reist, dann isst du halt oft in Hotels aus diesen Metallbottichen mit dieser Wärmevorrichtung und kannst einfach kein Essen mehr sehen, was schon so vorbereitet und zubereitet ist und freust dich einfach mal so selber ein bisschen Gemüse aufzuschneiden oder selber mal irgendwie dein Essen zu machen. Das heißt, ich versuche das zu vermeiden und versuche das auch, wenn ich reise, zu machen. Ich versuche mein eigenes Essen mitzunehmen, also gerade bei so Zwei-Tage-Trips, wenn ich mit Mannschaften sind, dann sind wir zwei Tage unterwegs, wir reisen den Tag vorher an, dann koche ich vor und nehme mein eigenes Essen mit und versuche da alles schon dabei zu haben und selbst, wenn ich mein Essen nicht mitnehmen kann, dann gehe ich lieber in den Supermarkt und hole mir da meine Lebensmittel und mache mir da meine eigene Bowl und schneide mir das so ein bisschen zurecht im Hotelzimmer, weil ich dann weiß, was da drin ist, wie ich das vertrage anstatt so Soßen und sowas. Das ist ja wie alles immer, da weiß man ja nicht so, was das ist und das vertrage ich noch nicht so gut und das heißt, ich gehe selten essen und wenn ich essen gehe, dann gehe ich gut essen und viel essen und ja, ich esse dann oft Fleisch, weil ich Fleisch zu Hause nicht so viel esse, also ich mag Fleisch, aber ich würde jetzt zu Hause eher so nicht mehr so ein Steak irgendwie zurechtbraten und dann gibt es ein gutes Stückchen Fleisch und was alles so auf der Speisekarte geht, dann wird es eher üppig. Was kaufst du, wenn du so einen Supermarkt unterwegs gehst? Hast du da vielleicht so einen Best Practice, den du teilen kannst mit uns? Ich habe immer Nüsse dabei, die sind immer in meinem Repertoire so als Snack für zwischendurch, die halten satt, die kannst du gut verpacken, die kannst du auch im Flugzeug, wenn du nicht so viel Gepäck dabei hast. Doch eigentlich habe ich immer Haferflocken dabei, die kannst du überall essen, da habe ich Proteinpulver dabei, da kannst du Haferflocken mit Proteinpulver und Wasser, hast du auch eine Mahlzeit. Ich liebe so Maiswaffeln, Linsenwaffeln, Reiswaffeln, die wirst du auch immer bei mir finden. Dann versuche ich als Obst überall, kriegst du überall. Dann kannst du super überall so Tomaten, Mozzarella, geht immer gut, kannst du einfach essen. Ich habe immer einen Curling Frischkäse, den ich mir hole, ich hole mir Skier, ich hole mir Magerquark. Und dann kannst du dir immer schon so eine Bowl zaubern, so eine Joghurt-Quark-Bowl, die du zurechtkriegst. Das sind erstmal die ersten Dinge, die du dabei hast. Aber wenn du Nüsse dabei hast, einen Haferflock dabei hast, einen Proteinpulver dabei hast, wenn du ein paar Reiswaffeln, Maiswaffeln dabei hast, dann kommst du immer schon weiter. Für die, die einen Proteinriegel mögen, kannst du auch einen Proteinriegel noch dazunehmen. Aber das ist alles irgendwie klein und gut zu handeln. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema Ausreden zu sprechen kommen. Wenn du einen Klienten betreust und du merkst, ja, da kommt wieder die Ausrede um die Ecke. Eben einer hat mir schon behandelt. Keine Zeit. Ja, ich kriege das, ich habe keine Zeit für Training. Wie gehst du generell mit Ausreden um? Gibt es ja Tausende. Ja, ich glaube, da gibt es ein gutes Streitpotenzial mit mir und meinen Leuten, weil ich da wirklich auf den Keks gehe. Und das bis ins Detail mit denen ausdiskutiere. Da gibt es im Buch, glaube ich, auch ein ganz lustiges Kapitel, wo ich mit dem Athleten stundenlang vor seiner Haustür sitze, weil wir noch einen Lauf machen wollten und ich ausharre vor seiner Haustür und er mir eine Ausrede hat, warum er jetzt nicht mehr laufen gehen kann. Ach, da wirklich einfach der Realität ins Auge. Also sagen wir, okay, hey, lass uns doch mal kurz gucken. Also was ist jetzt wirklich, also du hast einfach keinen Bock? Das ist ja okay. Sag mir einfach, dass du keinen Bock hast. Das ist ja oft so. Also oft ist es einfach keinen Bock, es zu machen. Oder sie glauben halt nicht dran, dass es, also sie glauben nicht dran, dass das, was ich ihnen vorschlage, funktioniert und deswegen eine Ausrede suchen. Und da muss man halt die Konstanz haben, als Trainer da reinzugehen und das bis zum Letzten durchdiskutieren. Und das ist natürlich ein unangenehmer Prozess. Ja, also wenn man merkt, dass jemand eine Ausrede benutzt, ist es immer unangenehm, da jetzt ranzubleiben. Sag mir, okay, keine Zeit. Dann gib doch mal, wollen wir mal kurz durch dein Telefon gehen, mach doch mal eine Kalender-App auf und dann gucken wir mal. So, dann steht da der erste Termin um 8 Uhr drin. Dann sag ich, aber was ist denn davor? Ja, davor, dann muss ich auch mit dem Hund raus, muss ich die Kinder noch... Okay, was ist denn davor? Ja, davor schlafe ich. Ja gut, aber was ist denn, wenn du jetzt morgen um 5.30 Uhr, um 6 Uhr aufstehen würdest und von 6 bis Viertel vor 7, bevor die Kinder aufstehen, dein Sportprogramm machst? Boah, ja, genau. Das ist scheiße. Das ist mühsig. Ja, das ist kacke. Ich weiß, es tut weh und es tut mir auch weh, wenn ich morgens aufstehe. Und ich würde immer diese Stunde Sport priorisieren und das mache ich auf Reisen, wenn es keine Ahnung, stehe ich auch um 4 Uhr drauf und mache mein Training, weil ich weiß, wenn ich das nicht tue, fühle ich mich den ganzen Tag schlecht. So, weil ich einfach merke, okay, es tut mir gut, es ist so ein geiles Gefühl, danach duschen zu gehen, ready für den Tag zu sein. Und was heißt das? Um Umkehrschluss? Ja, ich muss halt abends eine Stunde früher in die Flugkiste. Ich muss eine Stunde früher die Sachen streichen, weg vom Netflix, weg vom Sofa, kein Rotwein trinken, nicht noch da irgendwie durchseppen, weg vom Handy, einfach eine Stunde früher schlafen. So, das ist halt unangenehm. Und dieses Gespräch dann auszudiskutieren, ja, da musst du halt den Schmerz, den Widerstand musst du einmal überwinden und das mit deinem Klienten halt durchdiskutieren. Das Spannende ist ja auch, dass, ich sage jetzt mal, wir Menschen ja häufig, wenn wir Ausreden benutzen, gar nicht klar haben, dass wir eigentlich eine Ausrede benutzen. Und dieses sich ehrlich zu sich selbst sein, ich habe einfach keinen Bock, ist ja meistens schon so ein krasser Schritt nach vorne, weil damit kann ich ja umgehen. Total, total. Ist auch okay. Also wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock, das ist ja total fein für mich. Also ich, keiner muss ja. Also ich bin ja nur der Berater, der Support. Und wenn du sagst, ich habe keinen Bock zu trainieren, dann lass es, aber dann erreichst du halt dein Ziel nicht. Du musst dir ja für dich, musst dir mit dir ausmachen. ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist das Thema Regeneration. Du sagst, du trainierst selbst auch eine Stunde am Tag, mindestens, gern auch mehr. Worauf achtest du oder wie sorgst du dafür, dass du auch genug regenerierst, dass du dann am nächsten Tag wieder bereit bist für die nächste Einheit? Eine Sache, die ich beim Älterwerden merke, ist, dass mein Körper länger braucht, um sich von den Einheiten zu erholen. Sonst habe ich ja das Gefühl, ich bin immer noch 21, zumindest rede ich so, wenn ich im Gym bin mit den jungen Athleten und verhalte mich auch so. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann gehen viele Dinge wirklich noch sehr, 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 sehr gut. Aber es braucht einfach länger, um mich davon zu erholen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke, wenn ich Schlaf priorisiere, wenn ich wirklich gut meinen Schlaf im Griff habe, meine Schlafenszeit, deswegen auch immer dieses frühe Aufstehen, weil das zu meinem Rhythmus gehört, deswegen auch am Wochenende stehe ich früh auf, um da in meinem Rhythmus zu bleiben und diese Schlafenszeit zu koordinieren. Das tut mir unfassbar gut, wenn ich das Richtige esse, wenn ich nicht zu spät esse. Also die Recovery Boots oder das Eisbad oder der Proteinshake oder das sind alles Tools, die dabei helfen, sich zu erholen. Aber es ist so die Spitze auf dem Eisberg. Und diese einfachen Dinge, also Schlaf, ausreichend Bewegung und dann auch die Pausenzeit, die richtige Ernährung, nicht zu spät essen, danach einen Cooldown zu machen, zu stretchen, ausradeln, ausfahren, das ist halt was, was wirklich dich nach vorne bringt. Aber es ist halt auch wieder mühsam und man muss da auch wieder Zeit investieren und das wollen die meisten dann halt auch nicht machen. Ja, ich teile dir die gleiche Erfahrung. In meinen Zwanzigern bin ich echt mit fünf Stunden Schlaf die Nacht klargekommen, konnte am nächsten Tag mit so ein bisschen inneren in den Arsch treten dann auch eine gute Trainingseinheit durchziehen. Das ist unendlich viel schwerer jetzt, muss ich sagen. Also deswegen, ich achte halt auch, wenn ich kann, drauf, so wie du das auch sagtest, sieben bis acht Stunden Schlaf brauche ich. Gibt natürlich auch Tage, wo ich es nicht hinkriege, aber im Durchschnitt bin ich da schon ganz gut davor und ich priorisiere es halt einfach hoch. Du trägst ja auch Wearables an deinem Arm, wie ich sehe. Du hast ja eine Uhr und auch noch ein anderes Band. Ich habe auch eine Partnerschaft mit Whoop. Ja, ich auch. Ich habe die auch gesehen, hast du auch. Aber ich benutze das Ding auch seit fünf Jahren schon und mir hilft es halt, das einfach bewusst zu haben. Was die Leute immer denken, ja, aber dann habe ich einen Tracker und dann muss ich danach leben. Nee, gar nicht. Du siehst einfach nur mal auf schwarz auf weiß, wie deine Schlafqualität ist. Und wenn deine Herzratenbarkeit, wenn die tief ist, das merkst du auch schon. Und dann kannst du Dinge verbinden. Du sagst, okay, wenn ich abends zu spät gegessen habe, dann merke ich, dass mein Schlaf halt nicht so gut ist. Und ich merke das nicht nur, sondern ich sehe es auch. Und wenn ich mehrere Tage habe, wo mein Whoop-Score rot ist, dann sage ich, ah, okay, es ist nicht nur einmal, es ist nicht nur zweimal. Hey, jetzt muss ich was tun. Ich brauche mal wieder eine Nacht mit gutem Schlaf. Ich muss mal nochmal was auch immer machen. Und ich glaube, das ist einfach so, das Ganze transparent zu haben, sichtbar zu machen. Und ja, mal eine Nacht mit vier, fünf Stunden Schlaf geht, ja, was sollte dann nicht mehr hintereinander sein. Und es ist halt die Balance, die man immer wieder in den Griff kriegen muss. Du gibst ein Plädoyer ab in deinem Buch, dass jeder einen Coach haben sollte. Warum? Naja, es ist immer so, wenn ich Zahnschmerzen habe, dann fange ich ja jetzt nicht an zu googeln Zahnschmerzen und versuche mir da selbst zu helfen, sondern ich gehe zum Zahnarzt. Und wenn ich meinem Unternehmen meine Steuererklärung machen muss, dann mache ich das auch nicht selber, sondern gehe zum Steuerberater. Wenn ich Fitness-Themen habe und Gesundheitsthemen habe, dann kann ich jetzt da wild drauf rumgoogeln oder ich gehe zu einem Experten wie zu dir oder zu mir und lasse mir da helfen. So, und jetzt kann man natürlich diskutieren und sagen, okay, One-on-One-Coaching mit dir oder mit mir, das ist sehr kostenintensiv. Dann sage ich, okay, verstehe ich, aber trotzdem kriegst du ja Informationen bei dir auf der Webseite. Also dann abonniere doch mal den Newsletter oder guck dir doch mal die Videos an oder liest doch mal den Artikel. Aber bleib doch mal bei einem Coach und lass dir von denen die Informationen geben, weil ich bin mir sicher, wenn ich auf deiner Seite lang genug suche, kriege ich zu allen Fragen Informationen. Ich muss halt nur ein bisschen mehr Zeit investieren. Desto besser ich die finanziellen Ressourcen habe, desto mehr kann ich mir dann auch ermöglichen, dass ich einen Coach halt habe, der mir dabei unterstützt. Und das ist ja die Möglichkeit. Also ich denke mal, kriegt man die ja auch für einen Einstiegsgehalt ja auch schon eine Menge, wo man sich selber dabei zusätzlich zu deinem Coaching auch helfen kann. Und so mache ich das auch. Ich brauche jetzt vielleicht keinen Fitnesscoach, aber ich habe verschiedene Mentoren, die mir bei verschiedenen Themen helfen. Da gibt es ja Themen auch um das Thema Business, wie man das Ganze aufbaut. Schaue mir andere Experten ab und gucke, lass mich von denen beraten und spreche mit denen. Ich habe Menschen, die mich einfach so inspirieren, so väterliche Freunde, nenne ich das immer, von denen ich da einfach Lebensweisheit, einen Lebensrat bekomme. Und ich glaube, so ist es gut, Menschen in seinem Umfeld zu haben, die einen coachen, die einen supporten, die einem die Meinung sagen, die nicht nur sagen, hey, jetzt machst du alles super, Arne, du bist ein toller Typ, sondern sagen, hey Arne, das war jetzt Quatsch, wie du das gemacht hast, mach mal anders, guck doch mal hier. Das sollte auf jeden Fall sich jeder holen. Und für das Thema Fitness kann ich jedem nur empfehlen, sich auch einen Coach zu holen. Eine gute Möglichkeit ist auch dein Buch Bessermacher. Da kann man noch mehr über die Themen erfahren und deine Erfahrungen damit, über die wir jetzt gesprochen haben. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Du hast einen Podcast am Start. Und ich glaube, es ist immer eine gute Idee, sich einfach mit Gedanken von Coaches, von Sportlern zu beschäftigen. Da muss man vielleicht gar nicht irgendwie mit der Intention in so eine Sendung reingehen, da dann direkt was umzusetzen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man einfach in Gesprächen lauscht von Sportlern, von Profis, dann merkst du so ein bisschen, wie die ticken. Und unterbewusst nehme ich immer was für mich mit und häufig denke ich dann nachher, oh, das ist meine Idee, war es aber gar nicht. Das ist die Idee von irgendjemand anderem, den ich mal vielleicht im Podcast gehört habe oder im Buch gelesen habe. Lass uns doch mal über deinen Podcast sprechen. Der Titel ist Kannst du so nicht sagen? Worum geht es da? Ja, das hast du sehr gut gesagt. Und das ist auch die Idee unseres Podcasts. Den Podcast habe ich zusammen mit dem Basketballspieler Moritz Wagner. Moritz Wagner spielt in der NBA, in der stärksten Liga der Welt und ist mit uns Basketball-Weltmeister geworden und vielleicht dem einen oder anderen Begriff. Und wir haben jetzt schon viele Sommer miteinander verbracht und reisen durch die Welt und sind bei Turnieren. Und dann sitzt der immer zusammen und bist in der Mensa und bei Olympischen Spielen hochst du halt da in der Mensa rum und schaust dir andere Sportler an und hast halt eine gute Zeit und da haben wir immer so rumphilosophiert und viel gequatscht und eines Tages saß er mit seinem Bruder Franz, der spielt auch in der NBA, das ist ein lustiger Moritz und Franz, war es Basketballspieler. Und da habe ich sie gefilmt, wie sie im Eisbad sitzen und im Eisbad haben sie so über mich hergezogen, über unsere Fitnessszene so hergezogen und machen sich so lustig und sagen, ja, ihr ihr futtert nur Knuspermüsli und nur Hasenfutter und dann geht ihr abends um 8 Uhr schon schlafen und damit ihr morgens um 4 Uhr aufstehen könnt und so. Also so, er hat er herrlich über das, was ich so erzähle, hergezogen und das Video hat sehr viele Views bei Instagram, über eine Million Views bekommen und ja, das haben wir zum Anlass genommen, dann so, weil wir merkten, okay, das kommt da wie cool an, so diese Geschichten von Moritz und mir, Podcast zu starten, wo wir einfach dieses angewandte Wissen teilen, also das, was Moritz in der shiny Welt der NBA, ja, der lebt in Florida, er hat natürlich einen ganz anderen Lebensstil als ich in Deutschland, spielt in der NBA, ist offensichtlich Einkommensmillionär und ich versuche jetzt der Fitnesswelt zu helfen und wir unterhalten uns über das Leben, über den Sport und natürlich auch über meine Themen, Training, Ernährung, Regeneration und Mindset und ja, versuchen aktuelle Themen zu beleuchten und sind jetzt gerade rausgekommen mit der ersten Folge und haben schon sehr gutes Feedback bekommen und freuen uns natürlich für jeden Zuhörer, der da mal vorbeischaut. Ich freue mich auch drauf, ich habe den direkt abonniert, ich verlinke ihn auch noch mal in den Shownotes und du findest den Podcast auch, Titel ist Kannst du so nicht sagen und den gibt es jetzt überall, wo es gute Podcasts gibt. Arne, wir sind mit der Zeit durch, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, für deine vielen Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Wo findet man dich online am besten? Auf meiner Webseite arnegraskowiak.de Man findet mich unter meinem Buch Bessermacher, gerne natürlich bei Instagram, da bin ich am aktivsten, so wie ich heiße, Arne Graskowiak. Ja, wenn man das hat, dann hat man schon einen guten Einblick, natürlich den Podcast jetzt und ich glaube, wir müssen jetzt in die Umsetzung kommen, also für die da draußen. Wenn man jetzt mit ihm zugehört hat, hat man auf jeden Fall schon über eine Stunde, hatte man schon über eine Stunde Zeit, Sport zu machen. Wenn nicht, ist man hoffentlich jetzt motiviert, jetzt noch Sport zu machen oder morgen Sport zu machen. dranbleiben, wie du sagst, loslegen, ich glaube, das ist das A und O. Oh, da habe ich doch noch direkt nochmal eine Frage. Erster Schritt, Step 1, um jetzt sofort zu starten, um ein gesünderes Leben zu beginnen oder einen Schritt, ein bisschen besser zu machen, wie der Titel von deinem Buch ist. Was gibst du uns mit? Heute Nacht acht Stunden schlafen, morgen früh als allererstes, wenn du hast, Sportschuhe oder was Gemütliches anziehen und raus an die frische Luft, also frische Luft auf jeden Fall, wenn es schon hell ist, Sonnenlicht, ansonsten einfach fünf Minuten spazieren, vielleicht wären es sogar zehn oder 15, wenn du kannst, joggen gehen, vorher ein Glas Wasser, ja, da sind wir schon mal weit gekommen. Du hast das letzte Wort, du kannst auf allen Smartphones da draußen eine Nachricht aufpoppen lassen, was steht da? Ach, da steht Lackerei drauf. Lackerei ist ein Sprichwort oder ein Name, der sich über die Jahre kreiert hat. Muss ich vielleicht kurz erklären, wir sind ja mit Sportland viel unterwegs und da habe ich eben schon mal gesagt, dass die Welt des Sports ja gar nicht so blinky und shiny ist, sondern du oft in irgendwelchen Hallen, im Umlauf, irgendwo in der Ecke dein Trainingssetup dann aufbaust und dann sage ich immer den Sportern, wir müssen jetzt mal richtig ackern, ja, also dieser deutsche, alte deutsche Begriff von dem Feld, wo geackert wird oder der Flug dann mit den Pferden so lang zieht und dann, ja, rauen wir so, jetzt gehen wir ackern und dann mache ich so blöde Sprüche, dass ich die Jungs oder Mädels motiviere und daraus ist dann der Begriff den Ort, wo wir da sind, Ackerei zu bezeichnen, also wir kreieren eine Ackerei und da haben dann die Jungs, die auch so ein bisschen international spielen, die in Nordamerika oder in Europa spielen, sagt ja, Ackerei ist nicht international genug, wir müssen da noch so ein L vorsetzen, dann steht es Lackerei und das ist eigentlich der Ort, den ich versuche immer zu kreieren, eine Lackerei zu kreieren, der muss nicht blinky sein, das kann jetzt bei dir zu Hause in der Ecke die Trainingsmatte sein, die da ist oder legst einfach ein Handtuch hin oder du hast das geile Super Gym oder du gehst einfach jetzt raus, egal ob es regnet oder stürmt oder schneit und machst dein Workout, also kreiere eine Lackerei, such dir den Ort, der Ort und die Umstände sind völlig egal, leg los, starte jetzt Attacke sportfrei. Bevor alles vorbei ist, nochmal der Werbepartner AG1 ist für mich eine Art Alles in einem Nährstoffversicherung. Ich nehme es seit 2013 jeden Tag und freue mich daher umso mehr, dass AG1 seit einigen Jahren auch diesen Podcast unterstützt. Mein Fokus liegt nach wie vor auf nährstoffreichen Mahlzeiten, aber AG1 deckt meinen Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und Mikronährstoffen aus natürlichem Gemüse und Obst, die die Regeneration, die Darmgesundheit und das Immunsystem unterstützen. Im Moment bekommst du als Neukunde beim Abschluss eines Abos einen Einjahresvorrat an Vitamin D, gratis dazu plus 5 Travel Packs und weitere coole Extras. Geh dazu auf fmmag.de, um dir das spezielle Angebot zu sichern mit deinem Einjahresvorrat an Vitamin D, 5 kostenlosen Travel Packs und weiteren coolen Goodies. Die Adresse lautet fmmag.de. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcasts gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de schrägstrich Podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine weitere Empfehlung.